Ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch meine Girokarten sowie meine Kreditkarten und erläutere euch, warum ich welche Karte habe und sage euch auch, weshalb es Sinn macht, mindestens zwei Girokonten zu haben. Viel Spaß beim Video! Ich habe dann hier mal alle meine Karten ausgelegt. Ihr seht schon, das beginnt links mit meinen beiden Sparkassenkarten. Ich muss dazu sagen, viele von euch, denen wird es ähnlich gehen wie mir. Man hat mal irgendwann mit einem Sparkassenkonto angefangen. Dieses Sparkassenkonto, was ich jetzt hier habe, was ihr hier auch abgebildet seht, ganz oben links, das ist so eine Standardsparkassenkarte. Da habe ich ein Kontomodell, was bis zu meinem 30. Lebensjahr kostenlos ist. Deswegen habe ich die Karte auch eigentlich nur noch. Also dieses Konto nutze ich gar nicht. Dann ist darunter die 1822 Direktbank. Das ist eine Kooperation mit der Sparkasse Frankfurt. Da bekommt ihr ein kostenloses Sparkassenkonto, wo ihr an allen Sparkassenautomaten kostenlos Geld abheben könnt. Das heißt, die Sparkassenkarte hier oben, die rote, die wird verschwinden in bald der Zukunft. Da ich den Service vor Ort auch überhaupt nicht nutze. Auch keiner bin, der irgendwo Kredite beantragt. Ich spiele da immer mit dem Modell, selbst vorzusorgen oder andere Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen und nicht über eine klassische Filialbank mir einen Kredit zu holen. Oder plane, das auch nicht in Zukunft zu machen. Das kann ich in einem anderen Video nochmal weiter erläutern. Bei der Sparkasse ist ein Vorteil, man kann Geld einzahlen. Das funktioniert aber auch immer nur in der Sparkasse, zum Beispiel Harburg-Buxtehude oder Haspa, bei der Sparkasse, bei der man gerade ist. Bei der 1822 kann man gar kein Geld bar einzahlen, außer in den Filialbanken der Sparkasse Frankfurt, soweit ich weiß. Und bei den anderen Sparkassenverbänden geht es auf jeden Fall gar nicht. Deswegen habe ich mich damals dazu entschlossen, noch glaube ich vor der 1822, ein Konto bei der Commerzbank zu eröffnen. Denn der größte Vorteil für Leute, die gerne Bargeld einzahlen, ist bei der Commerzbank, ich glaube ab 1000 Euro Mindestgeldeingang, teilweise gibt es sogar Sonderaktionen ohne Mindestgeldeingang. Ich glaube aktuell ist bei mindestens einer Geldeinbuchung von mindestens 1 Cent. Allerdings muss dieser Geldeingang Rente oder Gehalt, ein Gehaltseingang sein. Also keiner überweist ja 1 Cent Gehalt oder so. Also von daher, eine Bankabbuchung muss glaube ich bei der Commerzbank aktuell reinkommen, damit das Konto kostenlos ist. Dann habe ich aber als Kunde den Vorteil, dass ich deutschlandweit überall, wo eine Commerzbank ist, Geld einzahlen kann. Und dann kann ich aus der Erfahrung sagen, ich zahle ab und zu Geld ein und deswegen möchte ich die Commerzbank nicht missen. Ich nutze trotz allem als Hauptkonto für alle meine Verkehre die 1822 direkt, also diese Sparkassenersatzkarte quasi, einfach aus dem ersten Grund, dass ich extrem schnelle Buchungszeiträume habe. Also die buchen relativ schnell, finde ich, einen Tick schneller als die Commerzbank. Habe ich einfach so für mich selbst die Erfahrung gemacht. Weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich mir nur so vorkommt oder tatsächlich so ist, dass die Sparkassenverbände einfach schneller buchen. Aber ich finde, da geht es einfach am schnellsten. Dann haben wir hier noch die Inc. und da haben wir einmal die Maestro-Card und die Visa-Card. Ich habe die jetzt hier zusammengelegt, die beiden, weil im Prinzip ist diese Visa-Card direkt verbunden mit dem Girokonto der Inc. Das Konto habe ich vor ganz kurzer Zeit erst eröffnet. Ich glaube vor zwei oder drei Wochen. Das ist noch ganz, ganz frisch, das Konto. Das will ich jetzt einfach mal nebenbei laufen lassen, weil dieses Sparkassenkonto da wegfällt. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, da noch bei der Inc. Diba ein Zusatzkonto zu eröffnen. Das kann man zum Beispiel für eine Nebentätigkeit nutzen, ja, oder dergleichen. Wichtig ist, das Konto darf nur zur privaten Nutzung eröffnet werden. Genau. Also das sind jetzt so die Giro-Cards, die ich habe. Ich fasse nochmal zusammen. Also die 1822 ist das Hauptkonto, wo der meiste Verkehr drüber läuft. Ich muss dazu sagen, großer Kritikpunkt bei der 1822 Direktbank. Die sind sehr, sehr vorsichtig, gerade bei Bekannten von mir, was die Herausgabe eines Dispositionskredites betrifft, also einer Überziehungslinie. Also selbst wenn man bei der 1822 eine Überziehung von 500 Euro haben möchte, ja, nachweislich festes Einkommen hat, ist die Bank sehr, sehr vorsichtig mit dem Einräumen eines Dispositionskredites, also einer Kreditlinie, ja. Das ist so ein bisschen nachteilig, das möchte ich an der Stelle mal ganz klar sagen. Ihr seht jetzt hier die Karten auch mal einmal von hinten. Deswegen vom Buchungszeitraum und für alle Leute, die sagen, ich nutze gerne alle Sparkassenautomaten, weil es einfach extrem viele oder die meisten Geldautomaten davon gibt, ist die 1822 eine super Bank. Aktuell ist es noch meine Hauptbank. Aus den eben genannten Gründen und diesem wirklich extrem übermäßig vorsichtigen Verhalten der 1822 Direkt, überlege ich halt ein anderes Konto als mein Hauptkonto einzurichten, wo halt im Prinzip alle meine Buchen drüber laufen. Das wird dann eventuell die Commerzbank werden oder die Inc. Die Inc. habe ich ja ganz frisch und die Inc. ist auch bedingungslos, kostenlos. Ja, also ich habe das Commerzbankkonto auch eröffnet zum Zeitpunkt, wo es bedingungslos, kostenlos war und solange es da keine Änderung gibt, wird das dementsprechend auch so bleiben. Also alle meine Girokonten sind, so wie ich sie nutze, kostenlos. Bei der 1822, da muss, glaube ich, auch mindestens eine Buchung im Monat eingehen. Ansonsten muss man da für die Kontonutzung, ich meine, 9,90 Euro bezahlen. Ich glaube, unter 27 ist man davon sogar komplett befreit, aber das wird für die meisten für uns nicht relevant sein. Das heißt, ich zahle hier für keins dieser Konten Geld. Jetzt werden sich einige von euch fragen, ja, warum hat er denn jetzt vier Konten? Das kann ich euch sagen, wie ich auch schon am Anfang des Videos gesagt habe, das Sparkassenkonto, das oben links, das verschwindet. Die 1822 wird bleiben, das Commerzbankkonto wird bleiben und das Inc. Dieberkonto habe ich jetzt neu dazu genommen, um das einfach mal zu testen, weil viele gesagt haben, ey, die Inc. Dieber, das ist eine tolle Bank, das ist super, deswegen habe ich die mit ins Boot geholt und zumal diese Sparkassen-klassische Filial-Sparkassenkarte da oben, die wir da oben sehen, mit Erreichen des 30. Lebensjahr kostenpflichtig wird und wird dann damit wahrscheinlich auch aufgelöst. Ja, dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Das ist die Seite der Kreditkarten. Da habe ich als allererstes meine Mastercard Gold, die ich auch sehr, sehr schätze. Da muss man dazu sagen, wenn man da jetzt lange irgendwie die Kreditlinie laufen hat, dann ist das im Verhältnis, muss ich immer wieder sagen, im Verhältnis eine relativ teure Bank. Aber wenn man sie wirklich so nutzt, wie ich sie nutze, das heißt ab und zu mal zum Auslandseinsatz ETC, dann ist das eine super Kreditkarte. Also ich weiß die sehr, sehr zu schätzen. Die ist auch komplett gebührenfrei, komplett kostenlos. Bei Auslandseinsätzen wird kein Auslandseinsatz berechnet. Also die ist wirklich top, die Mastercard Gold. Die habe ich auch jetzt schon ein paar Jahre, die ist super. Die Kreditlinie, die ist sehr hoch. Ich glaube, die maximale Kreditlinie liegt bei 10.000 Euro und ich habe die fast ansatzweise erreicht. Also das ist eine super, super Kreditkarte, die ich nicht missen möchte. Wenn man eine Waschmaschine kaputt geht oder dergleichen, ist die wirklich super. Als Gegenstück zur Mastercard, muss ich jetzt wieder dazu sagen, finde ich, sollte man immer eine Visa haben. Schönstes Beispiel war, ich war im Urlaub in Amsterdam mit meiner wundervollen Freundin und habe im Hotel an solchen automatischen Check-in-Dingern eingecheckt. Und normalerweise ist bei der Mastercard immer Unterschrift. Zu 99% ist bei der Mastercard immer mit Unterschrift. Und in dem Fall war das nicht so. Und ich hatte die PIN nicht im Kopf oder hatte so ein Blackout und da hat mir die Visa zum Beispiel geholfen. Ich glaube, wir mussten, glaube ich, nur die Steuern. Wir mussten die Steuern, glaube ich, vor Ort bezahlen für das Hotelzimmer. Irgend so eine EU-Richtlinie oder irgendwas. Wir mussten einen kleinen Betrag auf jeden Fall nachzahlen und an diesen Terminal konntest du nur mit Karte zahlen. Und warum auch immer hat das irgendwie mit der Mastercard nicht geklappt. Ich meine nämlich, weil die die PIN abgefeiert haben und ich die in dem Moment nicht im Kopf hatte, weil die Mastercard halt zu 99,99% immer mit Unterschrift läuft. Und da hatte ich meine Visa dabei und die lief halt tatsächlich dann auch ohne Probleme. Da hatte ich die PIN nämlich im Kopf, weil die hier bei der Karte super einfach ist. Und ich sage mal so, es ist tatsächlich auch einfach schön, wenn man zu einer Mastercard noch eine Visa hat, einfach um die letzten Akzeptanzstellen, wenn es Leute geben sollte oder Geschäfte geben sollte, die nur Visa akzeptieren oder nur Mastercard. Dann hat man immer die beiden. Diese Visa habe ich jetzt über die Hanseatic Bank. Da habe ich auch nur eine ganz kleine Kreditlinie. Da will ich auch gar nicht mehr haben. Das ist im Prinzip nur eine Karte, wenn ich mal im Ausland bin und es mit der Mastercard Probleme gibt. Also diese Karte, die läuft tatsächlich bei mir nur so mit im Portemonnaie, falls mal irgendein Land keine Mastercard akzeptieren sollte oder irgendein Geschäft, was glaube ich auch sehr, sehr selten vorkommt. Also in der Hauptbenutzung habe ich die Mastercard Gold. Die ist auch super für Online-Einkäufe, wenn man im Ausland irgendwas kauft. Tippi toppi, ja. Also ich bin mit den Karten, die ich hier habe, super zufrieden. Ja, ich finde die alle super und kann euch an der Stelle auch nur empfehlen, wenn ihr sagt, ja, ich suche geile Giro-Content, dann könnt ihr hier einfach mal, ja, in der Beschreibung des Videos nochmal reinschauen. Und da habe ich nochmal ein paar Informationen reingeschrieben, wann welche Karte kostenlos ist, zu welchen Bedingungen. Ich kann an der Stelle sagen, die Ink-DiBa-Card, die ist ohne Bedingungen kostenlos. Ich weise auch darauf hin, weil ihr jetzt seht, oh, der hat jetzt hier vier Giro-Konten, ja. Um vier Giro-Konten eröffnen zu können, braucht man eine entsprechende Bonität, ja. Also guckt euch das nicht ab und sagt, jetzt eröffne ich auch mal bei vier verschiedenen Banken Giro-Kontens, wird in den meisten Fällen nur bei sehr, sehr guter Bonität funktionieren. Also das nur mal an der Stelle. Genauso wie mit Kreditkarten ist natürlich eine entsprechende Bonität vorausgesetzt, ja. Ansonsten wird das entsprechend abgelehnt. Wie gesagt, ich bin mit den Karten, die ich habe, sehr, sehr zufrieden, möchte ich an der Stelle sagen. Ein Zuschauer hatte mal angefragt, hat gesagt, zeig mir doch mal, welche Karten du nutzt für deinen finanziellen Freiraum. Das ist dann jetzt hiermit geschehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.